liebe freunde der zweite weltkrieg war ausgebrochen und die feuerwehr hatte kein personal mehr zur verfügung ich bin flora und erzähl euch die geschichte weiter da keine feuerwehrmänner mehr im ort verfügbar waren wurde 1943 eine frauenfeuerwehr in lutzmannsburg eingerichtet kommandantin wurde teresia reidel ihren eigenen berichten nach wurde diese frauenfeuerwehr vom immer noch amtierenden aber mannschaftslosen feuerwehrkommandanten johann margitler organisiert teresia reidel nach ihrer hochzeit teresia böhm verstarb am 23 august 2018 unser historiker heinz ritter konnte mit ihr noch über die damalige zeit sprechen teresia reidel erinnert sich ich kann mich noch erinnern dass sie uns zusammengerufen haben ich glaub es war der margitler sie haben gesagt dass wir jetzt zu der feuerwehr müssen es waren soweit ich mich erinnern kann zwei gruppen von frauen die einen waren etwas älter die anderen etwas jünger und mich haben sie zur kommandantin bestimmt ein paar alt feuerwehrmänner und der kommandant margitler haben uns trainiert wir hatten aber höchstens zehn übungseinheiten und nur trockenübungen nassübung gab es keine und gott sei dank auch keinen echten einsatz erinnerungen von sidonia picker na sicher hat die sirene einige male geheult einmal sind wir gerade beim mittagessen gesessen und wie die sirene dann geheult hat sind wir in den keller gegangen bis die flieger wieder weg waren das kommando über diese sirene hatte der damals für lutzmannsburg zuständige luftschutzleiter der nachmalige bürgermeister josef stifter sanitätsleiter war der damalige friseur franz gneiss im jahr 1944 spülte der zu ende gehende krieg viele fremde nach lutzmannsburg aus der lutzmannsburger schulkronik kann ich erlesen das schuljahr begann am 28 august 1944 mit 117 kindern davon waren 19 kinder aus wien und zehn aus essen am 19 oktober 1944 wurden in lutzmannsburg circa 1000 arbeiter die mit dem bau des südostwallis begannen einquartiert diese arbeiter mussten zwischen lutzmannsburg und schirer unter unmenschlichen bedingungen völlig sinnlose panzergräben und panzersperren errichten per führererlass vom 25 september 1944 waren alle sich noch in der heimat befindenden wehrfähigen männer zwischen 16 und 60 jahren volkssturmpflichtig geworden ein bataillon dieses volkssturmes war auch an die reichsgrenze nach lutzmannsburg verlegt worden bis zum nächsten mal eure flora